Und ich bin tief überzeugt und ich wünsche es von Herzen, weiter viel Freude an das Publikum, die immer hier mit Liebe kommt, weiter so zu sein, aber auch für alle jungen Sänger und alle kommenden Generationen, damit die Tradition, die feste Tradition von Lizeo erhalten wird, als Fundament. Und dann eben entsprechende neue Zeiten, moderne Zeiten, neue, man verlangt etwas anderes, das kann man alles immer machen im Sinne des Stückes, was immer hier gespielt wird. Bis jetzt war das immer der Fall und ich wünsche es, damit es immer weiter so wird. Toi, 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 good luck und grandissimo successo, für immer, vom Herzen.